Oregon United Vector Dynamics Oh, das war schon beruflich dann Hm Und das war auch zu Zeiten, wo Final Cut wirklich noch keinen der Vorteile hat, die es jetzt noch irgendwie rechtfertigen, das zu benutzen Ah, warte, die mehr können die auch noch nicht, scheiße Die können hier kommen und oben aus dieser Tür raus Ja? Und aus der Tür sind die übel schnell Ach so, ein Video der Links Ach so, sind alle B Ja, da drüben geht Smokes hoch Was ist das, wie sich durch die Wand was Ach so, das kannst du wegschießen, das ist ein Scanner Wir planten schon Steppen wir hier, na gut Shit Das werden so kranke Flashes Au, 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 au Überlaufen Oh Digga, ich krieg kann ich nämlich überstark Aufseite noch Hä? Der Revolver sieht ja so arsch aus Okay, das war nix Okay, ich mach mal rech, ich pack meinen Spectrummer hier Dann krieg ich zumindest mit, wenn sie B drauf gehen Und kann sich verstärken, wenn du B hast, ja? Okay Kann ich mit dir zusammen noch rausziehen Und sonst pushe ich jetzt einmal kurz am Mitte gegen Okay, angenehm Oh, ich schnau Post mich Two 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 Der Kamin ahí Gerne Faktor wallout Already in the train Already in the train Mach, 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 mach. Wie ist der nicht tot? Der ist immer noch nicht tot. Jetzt ist er tot. Katastrophe. Wir wissen nicht, ob die alle da links sind, oder? Boah. Nice. Ah, das wird intensiver, glaube ich, die Runde. Ja. Da Vinci Resolve Best. Ich glaube, wenn ich es von Anfang an benutzt hätte, wäre es geil. Ich bin auch ein Big-Fan. Ich habe es noch nie probiert, weil es mir so schwer fällt, jetzt noch in ein neues Editing-Programm einzusteigen. Aber das hat mir, also ich muss sagen, vielleicht auch, weil ich direkt so ein Hardware-Panel hatte und so was, und das damit noch mal eine ganz andere Art zu editen war. Aber ich habe mir einfach damals so ein Projekt gesucht, wo ich einfach wusste, das hat keinen Zeitdruck und das bockt einfach. Das ist ein cooles Projekt einfach. Das macht Spaß, das zu schneiden. Und dann habe ich das einfach so nebenbei in Resolve immer geschnitten und darüber das Programm so ein bisschen parallel mitgelernt, weißt du? Okay, ja. Aber natürlich nervt es gerade, wenn man so einen optimierten Edit-Vorgang zum Beispiel für YouTube-Content hat. Mit Plugins und weiß ich nicht. Einfach so seine eingespeicherten Shortcuts und so. Ja, genau. Um das Programm zu wechseln, ist natürlich annoying as fuck. Oh, die Bombe ist wieder. Oh, das ist ein weiterer. One more, Leo. One more, Leo. Flanking. Flanking. They have come 2A. Zeus has been dropped. Nice, 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 nice. Splinter grenade! Nein! 10 second, 10 second, flanking. Ah, sorry, sorry. Two, 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 two. Two again, two A-mails, two A-mails. Flash up. Blink. 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 Wurde mein Ding jetzt in Transfer abgeschossen? Das geht? Ja, auf den phone. Auf den лин, dass die Filme abschießen! Oh, den kann man mitten im Transfer abschießen, okay. How hard can it be, right? Oh no, you got this, I believe. Yeah, thank you, Lalland. Zeus has been planted. Fuck, all side. Okay, I'm gonna do a fucking box and play again. They can't change it anytime, so I don't know. But they haven't pushed B early, that's what I mean, so we should focus on A in early game. I'll just bait them, so they don't expect to. Oh, what? Oh, what? Oh, fucking Warstar. Charging Nanosphere. They might be changing it. Ja, ich hab nicht gerafft, wo ich bin. Ja, das ist ein bisschen tricky zu lernen, tatsächlich. Weil eigentlich hat man's schnell. Hätt's auf dem ersten bleiben können, einfach schon, okay. Bei uns heute zuletzt, aber seid ihr sicher? Ist Foul überhaupt? Ah ne, das ist ja das richtig. Boah! Copyfake. I'm rotating, there's no Spectre. Nein, 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 I'm warning. Ui, Junge, gecarried. Ich hab gar keinen Bock, über ihn zu reden, aber ich will mich ein bisschen mit ihm freuen, einfach. Ja, verstehe ich schon. Der ist so guten Hut einfach, weißt du, der ist so positiv. Das stimmt. Aber wenn man jetzt noch irgendwelche interessanten Boosts mit seinem eigenen Inspektor spielen könnte, das wäre crazy. Ich hab hier zum Beispiel einen Boost, der wird so wild gehen. Aber man kann sich nicht auf seinen Spectre, man kann ihn unter sich porten mit der Minimap, man kann sich aber nicht auf den drauf stellen. Das hab ich alles schon probiert. Steps B. 1 für B. 1 für B. More B. Oh, das kann nicht sein, dass ich das verkackt hab. Ich hab mich selbst gejumpscared, wenn man in die Latte was runtergeschmissen hat, legt es von mir. Ach, schau mal auf, Zeit. Auf, Zeit. Auf, Zeit. Spielen Flank. Wait for mir, 5 Sekunden Flank. Oh mein Gott, guck einmal kurz auf die Karte, jetzt geht das schon los. Finde ich auch interessant, äh... Er ist da. Oh, Junge, jetzt geht's aber... Ok? 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 Ah, wie schade. Wie schade, aber wie krank. Eko'n wir jetzt diese Runde quasi? Ich hab noch Waffen halt. Na, okay, dann geh ich mal für die Version hier. Ich kann dir kaufen, ich hab 4,9. Naja, ist gut, ist gut. Aber eigentlich brauchst du einen Casual nicht. Eko'n, weil du halt immer Arm-Ond-Skills hast. Du kannst zum Beispiel, kannst du jetzt requesten und ich kann dir dann die Hälfte von dem Paket zum Beispiel kaufen. Aha. Also wenn du jetzt requestest, kann ich dir beide Waffen getrennt kaufen. Das ist nice. Geil, die Waffe, die Waffe hol ich mir so hart. Nice. Ah, okay, die hol ich mir nicht, weil ich logisch schon weiß, dass ich ausgeteckt werde. Das ergibt Sinn. Left, left, left. Nice, 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 nice. Oh, nein, 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 nein. Strong, shit, shit. Okay. Hat er jetzt ausgebläht. I'm sure, die Gala got me. I'm fucking sending it. Yeah, stack it. One guy is gonna jump there. Yep, yep, yep. Ammole it. Gonna send it. Woo! The Zeus was dropped. Alright. I'm dead. Splinter again. I'm playing safe. Yeah, that's A, that's A, that's A. I'm fuller, Stärke A. In der Mitte noch? Hit, hit, hit. Zeus Carrier is down. Ah. Oh, meh, teiglich leider ein bisschen verkauft. Komm, noch mehr A, noch mehr A. Ja, ja, noch mehr drauf. Flashing. Nein. Rechts oben, ja? Let me push me side. Inside, inside. Schon auf side? Und einer geradeaus. Side, der andere. Der kann den Spektor noch nehmen, ja. Hat er. Easy. Du weißt, einer auf side, einer da oben. Nice. Der andere auf side. Let's pass this side. Let's pass this side. Spiel vorsichtig. Das ist 40 Sekunden, ich hab auch die Bombe. Ach, Mann. Ich wusste nicht, wo sie sich die Bombe? Ach so, auf der Mailmap. Aber die war versteckt unter den ganzen Kreuzen, oder? Lag die da rechts auf dem Boden? Äh, ich hab's auch erst gesehen, als du tot warst. Weil wenn ich hier gelegen hätte, hätte ich auf gar keinen Fall gepusht, aber ich war mir jetzt nicht sicher. Aber ich hätte eh an deiner Stelle gewartet, auf den Plan, dass du ihn piekst, wenn er plantet. Ja, ich dachte halt, dass die Bombe da liegt. Lass uns mal B anspielen. Zu zweit. Du bist A. Äh, ne, ich komm hier rüber. Krieg mal unten raus, gleichzeitig mit mir. Dann warte ich ein bisschen, dann können wir zusammen pieken. Oh, Scheiß, was war für dafür? Drei, zwei, eins. Ja. Reingesand. Warte, dingt. Bin oben durch. Ich habe einen rechts-closs von dir, da. Kannst du flashen? Ja, kommt. Nach links, auf den Schott. Ich bin auf Zeit. Da. I. Zwei CT. Iiiiih, nein. Ich verstehe gar nichts. Ich würde ihn einfach da hinten stehen lassen sollen. Eie. Ich habe meinen Spektron hinterhergezogen, perfekt in eine Granate. Dann habe ich ihn umplatziert und dann stand er in der nächsten Granate. Wir rennen die einfach um. So. Kannst du lang flashen? Da rein? Äh. Er ist gar nicht flash. So ich jetzt einfach direkt? Oder? Jep, jep, jep. Bitte? Versuch so tief rein zu flashen. Also sofort zu flashen und so tief rein wie geht. Auf den Bot. Offside. One more inside. No. Nice, nice, nice. Ich bin hier oben. Habe ich. Priming the Zeus. Adrenaline, go. Zeus has been planted. Hit and grasp, active. Drop in meltdown. One train, I think. I'm blind. I have trained. Trained nicht mehr, wenn ich abgesmaugt. One train, one train, one train. Peaked, peaked. Yeah, there, there, there. Oh, spawn. He stinkt. One HP. Yeah, yeah. Spawn, look. Oh man, der war vom ersten Burst, der zieht, ist ja so schwer. Aufgehört zu schießen. Fahrst du die Map jetzt gerade zum ersten Mal spielst, weil ich glaube, sonst hätten wir, wärst du jetzt die 6-6 gerade. Ja. Oder für ein 5-R. Es ist, es ist, es ist confusing. Alright, alright, let's get focused. Maybe we need to play more over mid. I don't know, wir haben einen Struck-Folk, äh, we lose fights, but they kind of play with, I don't know, country. Nee, it's first, äh, drop in this, yes. So, dann. And I just have no patience. Das will er jetzt nicht hören, ne? Nö, nö. Das will er jetzt nicht hören, ne? Nö, nö. Das sind, äh, das, das, das muss man sagen. Aber verteidigen dürfen wir uns hier nicht. Also, was heißt Security Breach denn? Das ist, dass jemand auf der Map durch so eine Barrier läuft. Dann wird der markiert durch alle Wände durch, wir können den durchgehend sehen. Dann wird der Todesaufnahme bekommen. Äh, you, you dropped on. Yeah, I know, I know, I left it, cause... Alright, I'm rotating, we have spawned to you. Lass Richtung B magieren, versuch mal Richtung B zu kommen, wir waren da. Okay. Got fucked. Not from the spot, man. Unfassbar arsch zu verteidigen. 2, 2, 2, 2, 1,90, 1,90. Hit 90. Schau mal in die andere Richtung Ja, einer von da Nice, auf B glaub ich Der Plan fliegt für dich Bleib weg bis er defused Oder sogar Stark Knapp Soll ich da K unten durch? Ne Was ist das hart gegen die, ey Da war eigentlich doch dieser Nade-Tag von denen Ich denke ein Flash hier und ein Flash für mich Hast du gehört? Ah, ja Äh Ich wollte ein Flash gebounce Where to Flash? Hier, hier Bounce ein Flash hier Okay, ja, sicher, sicher Thank you Throwing Flash Out You can hit him maybe 1 auf Mitte Low, low Hä? Oh lol, da rechts geht er auch Slow Sollten wir da noch drauf kommen mitten da? Go back now Blue, it's gonna be on your left Yeah, there, on your left Yeah, one there Nice Geh a lang durch Smoke da Smoke da Ja, ja, ja Ja, sniper im Attack Weiß ich auch nicht, wie valid das funktioniert Das ist halt One-Shot, das fühlt sich so geil an Ja, ja, ja Oh, du wurdest, ach, du hast keine Punkte für Time Out ausgegeben Mein Freund, das hab ich nicht gesehen Ich wusste, ich wusste nicht, was du wolltest I'm sorry, ciao I'm gonna try to sneak mit dem Train Du mal mit dem A, A Ist die Lage? Ja, du mal mit dem A Okay Yep, yep, yep Ah, I know the map Äh Äh Interesting Junge, wer ist er? Der Tod ist mies gedrückt Let's rotate to B and then back to mid, to A again Oh, sind nur die beide Achso Äh, guys, the woman with black hair, like two shots, she died Ich würd jetzt Lärm machen und dann gehen wir mit, oder was? Ja, wir gehen jetzt hier raus und dann mit Okay, ich geh andersrum Smoke tief Komm Richtung Mitte Sieht gut aus hier Oh, hier ist irgendwie das Ding ins Trap Na, Schatz, dann ist der Fake im Arsch Oh, close Oh, close, close, close Bro, was er drückt, er denn? Okay, ich fake A Und dann geht ihr nochmal, äh, Richtung A Ich versuch B ein bisschen Fake zu machen, ein bisschen Stress Ich peak mal Fenster, ich peak beides einfach Do you want to fake it? Ja, I'll fake it alone with two Characters So you can focus on money Okay Und dann kann ich double peaken Peak ich mal unten, peak ich mal oben Dann denken die, wir sind hier noch verstärkt Das macht halt Übelsinn, dass man dann Am Team alle die gleichen Skins spielen, ne? Schon Stimmt Ist das schlecht? Was ist das für eine Waffe? Holy shit No, 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 wait, wait, wait One coming in, coming in Oh shit Opt down Was? Oh, hier ist der Second Guy Ah Aber der Faker funktioniert, der muss eigentlich drauf Er kommt nicht Er hat gewartet, dann hab ich Lern gemacht, dann meinte er, jetzt kommen die nicht mehr Wiss ich Ich hab auf jeden Fall zwei Spieler gehabt bei mir Die standen beide links oben auf diesem Catwalk leider, das hab ich gar nicht gerafft Ich meine spannend, ob er jetzt das 1v5 macht Der, der Spectractier wird aber auch nur, also dieser Alarm, nur wenn jemand wirklich Geräusche macht, ne? Hm Oh Naja, scheint nicht Guck mal, der wird aber auch nicht getrunken, das verrückt, ne? Ich glaube, das funktioniert auch Wenn jemand keine Geräusche macht Geil Das hat er richtig gut gespielt Offen planten jetzt aber auch sehr cocky Aber den Trick, den du da rausgefunden hast, ist crazy Mit dem anderen planten lassen? Ja Ah, schade Der Mimki holte das nicht, oder? Boah, warum muss der denn zwei Headshots geben? Boah, die waren wirklich sehr, sehr stark Ja, dass die Map nicht kannte, hat auch echt nicht geholfen Ja, dann hätten wir, glaube ich, das Attacker besser gespielt Weil Defender war ja echt ausgeglichen